Die PrimoSelf GmbH gibt es jetzt seit Januar 2016. Wir vertreiben Gesundheitsprodukte direkt vorab bei den Kunden. Klar, wir verkaufen Matratzen und Lattenroste und Decken und Kissen, aber wir verkaufen Wohlgefühl, wir verkaufen Gesundheit. Von der Firma Venatex bekommen wir die Termine, was ich sehr gut finde, dass ich nicht selber akquirieren muss. Bring deine eigene Persönlichkeit mit, das ist ganz wichtig bei dem Job. Die werden zum Thema gesunden, erholsamen Schlaf informiert und natürlich über die Produkte von der Firma Venatex. Es ist eine total entspannte Atmosphäre. Macht so viel Spaß. Am Anfang bekommt man bei uns eine Starthilfe. Wir haben eine 14-tägige Schulung bekommen, weil das Produkt schon sehr umfangreich ist. Im Grunde genommen ist es sehr einfach, erfolgreich zu sein. Egal, ob Sie Quereinsteiger sind oder bereits Vertriebsprofi, wenn Sie Menschen mögen und ein patentiertes, sensationelles Produkt vertreiben wollen, sind Sie bei uns genau richtig. Und Sie sind die Schlaf,cemann. Nein, nicht mehr. Wir dürfen also in der Zeit, nach einer 15-tägigen Bereich, weil es in der Zeit geäuert, in der Zeit, in der Zeit geäuert sind. Sie haben wollen. Ich möchte, dass ich nicht mehr von euch, wenn Sie die Schlaf machen wollen. wenn Sie die Schlaf machen wollen. Ich möchte, dass wir. Ihr Schlaf machen wollen. Soll die Schlaf machen wollen.